Das heißt, zum Populismus gehört nicht nur die Erzählung auf der Vertikalen von die korrupten Eliten betrügen das moralisch reine Volk, sondern auch auf der Horizontalen von wir versus die und die kann dann flexibel gefüllt werden mit die Muslime, die Fremden, die Roma, die Feministinnen, die LSBTQ-Personen und auch Europa als eine Mischung aus die da oben und die anderen. Das macht den Populismus so stark, weil er so flexibel ist und auch zeitaktuell sich neue, die andere finden kann. Jan Wender Müller, der ein kluges Buch über den Populismus geschrieben hat, sagt, das macht den Populismus im Kern so undemokratisch, weil er dieses Wir als scheinbar homogenes Volk konzipiert mit einem einzigen Willen, welches dann durch eine einzige Führung repräsentiert werden kann.